Ja hallo, machen wir nun mit der Farbwahrnehmung weiter. Und zwar, was ist erstmal die Farbwahrnehmung? Das ist die Fähigkeit elektromagnetische Wellen verschiedener Wellenlängen in ihrer Intensität zu unterscheiden. Man unterscheidet die Farbwahrnehmung in emotional. Wer den Film Hero kennt, kennt auch die emotionalen Effekte, die dort vorkommen. Zum Beispiel gibt es dort diverse Bilder. Einmal Rot, das ist dann zum Beispiel für eine Liebesgeschichte. Einmal die Farbe Blau, das ist der Höhepunkt von einer weiteren Geschichte, welche auf einem See spielt. Dann gibt es noch die Farbe Weiß und zum Abschluss dann noch die Farbe Grün, die steht dann für die Erinnerung und Flashbacks. Praktisch, jeder kennt diese Farbe und verbindet diese mit ganz eigenen Gefühlen bzw. Emotionen. Die nächste Wahrnehmung ist die physiologische. Das ist gleichzusetzen mit der Farbblindheit. Jeder kennt das Testbild zur Unterscheidung verschiedener Farben, zum Beispiel beim Sehtest beim Optiker oder auch bei ihrem Augenarzt. Das beruht auf denselben Kriterien der Farbwahrnehmung und ist damit physiologisch bedingt. Nun noch zur technischen Wahrnehmung der Farben. Zum Beispiel man hat ein Bild mit einer Person im Vordergrund. Man will diese Person ausschneiden und in ein anderes Bild setzen. Dieses andere Bild hat aber eine andere Beleuchtung. Nun muss man entweder den Hintergrund, den Vordergrund anpassen oder andersrum. Dies ist mit dieser technischen Wahrnehmung gemeint. Und des Weiteren kann man sagen, dass die Farbe der Unterschied ist zwischen zwei Gegenständen, die ansonsten gleiche Form, Größe und Textur und so weiter besitzen. Der Mensch kann nicht mehr als 100.000 Farben unterscheiden. Bei vielen ist das auch noch geringer. Und die Wahrnehmung ist stark subjektiv. Hier mal ein kleines Beispiel. Welches dieser gelben Kästchen würden Sie als gelber empfinden? Ja, das ist stark subjektiv, weil viele erkennen die Unterschiede zwischen denen nicht mehr, weil man sich an die Farbe gelb sehr schwer daran gewöhnen kann. Aber zur Auflösung, technisch gesehen ist das zweite Kästchen etwas gelber. Ja, das menschliche Auge normalisiert den Seheindruck. Das heißt, jetzt als kleines Beispiel, zum Beispiel eine weiße Wand, die leicht bläulich gefärbt ist, wird trotzdem als weiß gesehen. Das ist wieder emotional bzw. physiologisch bedingt, da man sich praktisch an eine weiße Wand schneller gewöhnen kann. Okay.